Jetzt sind ja dann wieder Wiesen. Ich freue mich schon so auf mein erstes Maß. Also Samstag haben wir natürlich einen Tisch im Schützen zum Anstich. Abends hoffentlich ein bisschen Knutschen in der Wouidera-Bar. Am Sonntag dann Almauftrieb. Und ja, danach wahrscheinlich Einser. Wenn der Ludwig uns mitnimmt, der will mein Tisch. Das ist so süß. Auf der Wiesen wird nicht blöd dahergerät. Auf der Wiesen wird drungen. Und zwar verantwortungsvoll. Das heißt, wer ein Maß Bier auf der Wiesen trinken kann, der hat meistens auch genug Diridari, um pro Maß einen Euro herzunehmen und diesen Euro zu spenden. Und zwar an Leute, die sich die ganze Gaudi nicht leisten können. Leute, die um Lebensmittel zum Kriegen bei der Münchner Tafel anstehen müssen. Die Münchner Tafel ist ein unabhängiger Verein, der jede Woche 20.000 Münchner mit gespendeten Lebensmitteln versorgt. Da stehen ein Haufen alleinerziehende Mütter, Rentner, Krankeleit und so weiter, die nicht nur zum Essen daheim haben. Deswegen, liebe Wiesenbesucher, bitte schön, geht's online auf www.prostspenden.de und spendet's pro Maß, die ihr auf der Wiesen trinkt, einen Euro oder meinetwegen auch mehr an die Münchner Tafel. Wir sind auf alles vorbereitet. Bankeinzug, Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung. Und wenn's vierstellig wird, dann sagt's Bescheid. Dann hol ich's auch persönlich bei euch am Biertisch ab. Also, Prost und vergelt's Gott. Ich bin die Liesl und ich bin Prostspender. .